Hey, ich brauche was Starkes. Sie brauchen was Starkes, Junge. Naja, hier haben Sie was Starkes. Das ist nicht Starkes. Wir haben was Starkes. Also, Junge, wenn Sie was Starkes brauchen, dann müssen Sie hier hingehen. Also am 5.4. mit den Valkyriens von Finnland. Port Royal ist richtig, richtig geil. Und die Valkyriens sind auch ganz konstant, wo Sie jetzt hingehen. Hier, die Laps in der Freude, da gehen Sie jetzt hin. So, tschüss. War das das? Ich glaube schon, dass Sie das gerne haben. Okay, ich kann das. Können Sie da? Ja. Sind Sie sicher? Ja, ich kann. Ganz, ganz, ganz sicher. Ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht. Sie sehen mich nicht da. Tschüss. 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 Tschüss.